Sie brauchten damals keine Zeit zum Atmen oder sowas, ja? So, von einer Teenie bin zur nächsten. Die hat den ganzen SIGSI begründet. Und da waren auch Geschwister dabei, aber nur zwei. Die haben sich aber so zerkracht, dass sie eigentlich auf dem Höhepunkt aufgehört haben. Und deswegen wurde die Geschichte nicht vorgeschrieben. Was? Wird der gerade geraten? Wir machen Kneippküß, geil. Von welcher Band rede ich? Wow! Richtig, die Kelly Family! Super! Man nennt sich gleich alle mit bei den Angels. Scheiße, das muss ich nächstes Jahr spielen. Ich muss mir aber vorher Extensions machen lassen. Ich sage jetzt Carrerklung. Das ist zu hören. Okay, das ist propor dabei! Das ist eine Ausennicks-Karina-JV. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020